Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 29. März. Heute haben wir dabei Amazon, Uber, Alexa und Xiaomi. Beginnen tun wir mit Amazon, denn die erhalten jetzt eine Rundfunkgenehmigung für bundesweite Live-Übertragungen. Ja, das war auch schon länger in der Mache und ist jetzt wohl durchgewunken worden von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Und Ziel ist es, bei der UEFA Champions League am Dienstagabend ab der Saison 2021 jeweils ein Topspiel mindestens zu übertragen. Und das halt entsprechend dann live für weitere Live-Sendeprogrammpunkte. Gibt es da nicht zu erwarten, glaube ich. Fängt wohl mit Sport an und schauen wir mal, was daraus wird. Früher hatte man ja auch gemunkelt, dass Amazon sich vielleicht die Bundesliga-Rechte sichern wollte. Ist auch nie was raus passiert. Was aber ab heute passiert ist, ist in London hat Uber jetzt eine Option zu seiner App hinzugefügt. Man kann, wenn man sich ein Uber ordert, um von A nach B zu kommen, ein voll elektrisches Uber anfordern. Das ist sehr schön. Das gilt in London in der Zone 1. Da muss das auch starten und dann kann es auch aus der Zone 1 rausgehen in London. Und Uber selber möchte gern komplett elektrisch sein in London bei dem Jahr 2025. Da ist noch ein langer Weg hin, denn zur Zeit haben die Uber-Fahrer Autos in der Summe von 1.600 Stück, die vollelektrisch sind. Und das steht im Vergleich zu 45.000 anderen Autos in London alleine. Also von daher, es ist noch ein langer Weg. Dadurch, dass weniger vollelektrische Autos jetzt in London aktiv sind, im Prozentsatz gesehen, wird es dann wahrscheinlich auch für den einen oder anderen eine längere Wartedauer bedeuten. Naja, und längere Wartedauer kann man jetzt verkürzen, wenn man eine Amazon Alexa verwendet. Denn dort gibt es nun benutzerdefinierte Aktionen, die man mit einem besprechenden Befehl starten kann. Das wurde in den letzten Tagen für immer mehr Nutzern in Deutschland freigeschaltet. Eventuell habt ihr es auch schon. Und wenn ihr dann eine entsprechende Routine in der Alexa-App erstellt, könnt ihr die über eine benutzerdefinierte Aktion mit einem Befehl versehen und dann auslösen lassen. Wenn es euch interessiert, guckt mal rein und probiert es aus. Ja, und irgendwie, wir merken es ja auch im großen Geek-Talk in der News-Folge, es passiert nicht so viel. Deswegen, zum Start der Woche habe ich auch nicht mehr viel, außer dass heute Abend ein Mega-Launch stattfinden wird. Und zwar von Xiaomi, die ja wohl neue Produkte vorstellen. Man geht logischerweise davon aus, dass wir natürlich wieder Smartphones sehen werden. Das Mi 11 Lite zum Beispiel. Aber es sollen wohl auch Geräte rund drumherum um das Ökosystem von Xiaomi vorgestellt werden. Die machen ja ganz viel in anderen Ländern und in China sowieso. In Deutschland noch nicht, aber vielleicht ändert sich das jetzt und dann werden wir da morgen auf jeden Fall den Daily, glaube ich, mit füllen können, wenn wir keine anderen News haben. Von daher, das war es für heute. Startet gut in die Woche, ist ja die Osterwoche, Karfreitag ist auf jeden Fall frei. Dann ist Ostern und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.